Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft Lucky Blocks Prison. Heute zusammen mit Awesome, Elina Hallöchen. Hallo. Hallo. So, außerdem sind noch mit von der Partie Dönerrüstchen und Doktor Puschnall im 2 gegen 2 Battle Team Rot gegen Team Blau. Letzte Episode Prison. Ihr seid so ausgerastet Leute mit über 20.000 Likes. Vielen, vielen Dank für diesen Support. Deswegen gibt es heute die nächste Episode. Vergesst auf jeden Fall auch bei dieser Episode nicht zu bewerten und zu abonnieren. Wenn ihr Bock habt, Leute, würde ich mich sehr freuen. Und die Regeln erkläre ich, würde ich sagen, während wir uns battlen, was noch wichtig ist. Es sind die neuen Elektro Lucky Blocks, die sehr, 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 sehr cool sein sollen. Ich bin sehr gespannt. Plural sind auch brandneu. Ansonsten noch die Banks und die Spiral Blöcke und die Ökt Squid Blöcke, Leute, die ja echt mega nice waren in letzter Episode. So, da würde ich einfach mal sagen, let's go. Let's go. Oh, zack. Erster Block, Elina. Zack. Elina, bewegt sich einfach nicht. Oh, ich habe Lisa Craft zum Futen und eine komplette Rüstung. Okay. Ja. Ich bin voll. Das ist doch ein Kerl, ey. Und außerdem bin ich voll die Kante. Ich habe voll die dicken Arme. Oh, sorry, die habe ich dir geklaut, da bitte schön. Okay, Leute, die Rüstung behalten wir aber. Oh, wir haben die Bumblebee Bazooka. Was kann die? Wow. Oh nein, guck mal, was Oktopus für eine Rüstung hat. Was hat der denn? Ja, der hat diese Galaxy. Ne, die heißt nicht Galaxy, aber. Ja, was hat er denn? Er hat einen Eishockey Schläger. Was? Das ist ja mega cool. Ich glaube zumindest, es war ein Eishockey Schläger. Ich habe den Galaxy Bogen. Ultimate Boots. Oh, ich habe keine Pfeile. Ähm, Pfeile habe ich dann auch nicht, aber ich habe die Ultimate Boots und Flurball. Oh, das sind so Hockeybälle. Ach, dann war das ein Hockeyschläger. Was können die? Oh Mann, ich habe keinen Aim. Ich treffe ihn nicht. Mann. Jetzt. Hat der was gemacht? Sieht irgendwie nicht so aus, Mann. Okay, Leute, was ihr an den Regeln wissen müsst, die bei der letzten Episode nicht dabei waren, die Light Blue Pizza. Okay, sehr schön. Ähm, folgendes. Es gibt hier ein Prison. Das heißt, das ist ein Gefängnis, wie man offensichtlich sieht. Ziel der ganzen Geschichte ist es, auszubrechen. Und das Team, das ausbricht, zuerst bekommt eine fette Lootcase als Belohnung. Was geht da schon wieder ab. Und genau. Was aber noch besonders ist, Leute, und zwar sobald ein Team, also man muss gemeinsam ausbrechen. Es reicht jetzt nicht, dass ein Spieler ausbricht, sondern beide müssen zusammen ausbrechen, bekommen dann die Belohnung. Und wenn das erste Team ausgebrochen ist, geht es sofort los mit PvP. Also es gibt keine Ausrüstungsphase. Das heißt, Alter, wie hast du das überlebt? Das waren so viele negative Tränke. Ich bin tot. Oh, ich habe einen Fidget Spinner. Aber die kann man nur einmal benutzen. Da musst du vorsichtig sein. Welchen hast du? Ich habe den Flurball mit. Mega. Ach, du hast den gleichen. Ich habe den auch. Ich habe den auch. Okay, nice. Es gibt nämlich mehrere auch. Und nochmal einen Brunnen. Ähm, genau. Das heißt, man muss sich schon während der Phase jetzt am besten ausrüsten, damit, falls ein Team ausbricht, also man kann natürlich die anderen Teams daran hindern. Ich kann jetzt hier zum Beispiel hingehen und den Octo jetzt hier einfach mal schlagen. Und dann schlage ich ihn runter. Ja, genau. Und man muss die Leute... Was ist denn das für ein Bogen? Also man muss die Leute... Man muss... Material. Okay, ich habe hier verschiedenes Material. Material. Hatte ich nicht einen Helm? Ach, nein, den habe ich glaube ich... Oh, ho, ho, ho. Hauptsache, das war außer sich. Let's go. Oh, wie laut ist denn das? Ich habe den Strong Ball. Ähm, was kann denn der Strong Ball? Oh, was? Double Kill. Ich glaube, der killt instant der Strong Ball. Nein, ich werde angegriffen. Oh, jo. Ui. Was war das denn, Elina? Das hat sich richtig komisch angehört. Er muss mich runterschlagen. Was geht ab? What? Yo. Bags. Okay, der ist einfach explodiert. Oh, das ist der erste Elektro. Und nein. Da kam ne... Yo. Kann ich mich hier befreien? Ich kann mich befreien, Leute. Gar kein Problem. Weg damit. Man, wie viele Blöcke kommen denn da noch? Oh, da kommen noch mega viele. Da kannst du mir vielleicht helfen. Wir brauchen ne Spitzhacke oder Holz. Okay, ich habe... Was hab ich denn bekommen? Ich hab Plural Magic bekommen. Ähm, die kann ich schmeißen, glaube ich, oder? Jawohl, die kann man schmeißen. Okay, ich weiß nicht genau, was die kann. Müssen wir dann später mal ausprobieren. Oh, was kommt da raus? Ich hab heute... Ich hab heute 24 Stück... Nice, ich hab Diamanten. Mach mal ne Werkbank. Nice. Hier hast du deine. Und jetzt kann ich hier nämlich diese nice Blöcke abbauen. Ich weiß nicht genau, was... Oh, die droppen das... Ah, Low Plural Gems. Nice. Okay, damit kann man diese schwache Plural Rüstung machen, die aber, glaube ich, auch noch ziemlich nice ist. Wird natürlich gegönnt. Oh, die sind da... Oh, wir müssen mal aufpassen. Guck mal, Jonas ist da oben drauf. Der ist schon relativ nah an der Wand zum Ausbrechen. Oh je. Das ist natürlich nicht so geil, Leute. Da muss erstmal die Bazooka ran. Ich hab halt keine Waffe. Ich hab nur den Fitchel-Spinner, den ich jetzt nicht unbedingt dafür verschwenden will, ihn hier runterzuschlagen. Okay, ich hab ihn erstmal runtergehittert. Elektro-Block. Oh, das ist was Geiles. Ich hab was Geiles bekommen. Ich hab was Geiles bekommen. Ich habe bekommen, ähm, in Lederboots, aber die meine ich nicht. Hier, das Charged Cable Sword. Yo, das sieht richtig nice aus. Guck mal. Oh, das schlägt ihr Gegner so in die Luft. Guck mal. Yo, das ist nice. Okay. Wow. Kleiner Leck, Leute. Hier ist ein Monster. Was? Da ist ein Boss-Monster. Erlebt das noch? Ja, hier ist es. Guck mal. Da, wow. Alter, das ist mega OP. Hab ich's gekillt? Weiß ich nicht. Ich hab die Ledersachen aufgesammelt. Ich glaub, ich hab's in die Luft gesch... Ja, dann hab ich's, glaub ich, gekillt. Hast du das Schwert bekommen? Ja, das hat drei Angriffsschern. Wow. Echt jetzt? Ja. Ist ja bitter. Okay. Wo sind denn... Ich seh ihn ja gar nicht. Also hier ist... Ah, hier ist er. Okay. Wir müssen hier ein bisschen im Auge behalten. Oh mein Gott. Ich hab ein Schwert für dich. Echt? Ich hab aber schon ein nices, aber okay. Uncharted, Pluride James. Was sieht geil aus, ne? Oh, das sieht cool aus. Was? Ah, das ist mein God Sword. Das muss ich ja gleich mal ausprobieren, Leute. Boop. Ha, 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 ha. Okay, das... Ah, nein, es killt der mich auch. Nein, ich will nicht. Tschüssi. Jo, es ist ein Superman hier. Was macht der? Wow. Oh, der hat den Spiral-Modisher. Ja, das ist so ein... Oh, das sind... Oh, nice. Da haben wir eine, ähm, verbesserte Enderperlen. Okay. Ich hätt fast den Fidget Spinner. Einhorn... Einhornrüstung. Sehr schön, Leute. Okay. Das kann alles weg. Ähm, ich soll sagen, wir müssen uns auch mal... Oh, ist das ein Hackerbogen? Hab ich das... Jo, ich hab'n Hackerbogen. Und ein Villager. Was kann der? Okay, der tradet nur... Mist. Ich hab' Abbaulemo bekommen. Einhornhelm. Jawoll, ziehen wir auch an. Ich hab' halt den Hackerbogen. Ich würd' den... Plural, Elektro, Lucky Potion. Okay. Ja. Oh, 500 Damage. Nicht schlecht. Dann hab' ich hier irgendwie noch mal einen Villager, der... Oh, Holzrüstung. Aber Kohle haben wir leider nicht. Oh, da haben wir... Octopus Lucky Boots. Okay, die dürfte ich doch gar nicht haben. Plural Cookies. Die klingen auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, wir müssen hier kurz im Auge behalten, Nina. Nicht, dass die hier schon sich am rausbauen sind. Ich seh' nur einen, Nina. Wo ist denn der andere? Oh, ich wurde eingebaut mit Barrierblöcken. Nee. Echt jetzt? Ja, ich bin wieder draußen. Oh nein, der hat mich oben geschubst. Oh nein, der hat mich oben geschubst. Oh nein, ich hab' ich fast... Da gibt's ja auch noch Phantasia-Blöcke. Oh Gott, jetzt nicht Barrierblöcke. Oh, ja. Oh, ja. Oh, hier ist auch ein Dungeon unten. Jo, mich greift irgendjemand da an. Hä? Ach nee, das ist irgendein Zauber oder so. Hä? Hallo? Was war denn das? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Jo, XP. Ähm... Was kam... Was... Was hab ich denn da rausbekommen grad? Ja, das sind meine Schuhe. Jo, du hast doch diese Illuminati-Effekte. Alter, zieh die mal aus, Edina. Das ist ein bisschen zu wild. Das sieht ja schon wieder aus. Ach so, Mensch. Okay, das ist irgendwie so ein Lebkuchen-Haus. Oh, das sieht neu aus. Einhorn-Apple. Okay, diese Einhorn-Sachen sind auf jeden Fall neu. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Wow. Alter, mich hat's voll weggefetzt. Oh, ganz viele Elektro-Blöcke. Die bringen leider nix. Aber naja. Banks. Banks. Oh, das ist... Gott ist immer gut. Banks got boots. Okay, sehr schön. Wir müssen gleich mal gucken, was überhaupt erlaubt ist davon. TNT zum Schmeißen. Das ist auch nice. Dann nochmal... Oh, nee. Elektro-Chestplate. Okay. Oh, Purity 3. Ich weiß halt bis heute nicht, was das... Oh, der sieht ja übertrieben krank aus. Ich kann ihn nicht aufsammeln. Hey, legt der Server grad? Oh, ich hab's bekommen. Oh, okay. Das ist der Mailware-Bogen. Jo, Elina, guck mal. Okay, der sieht mega kacke aus in der Hand, aber... Oh, hier sind Barrier-Blöcke. Mega heftig. Oh, guck mal, was der schießt. Der schießt hier solche roten Teile. Siehst du das? Ja. Hey, da krieg ich Abbaulähmung, wenn ich mit dem schieße. Kann das sein? Alter, der baut deine Phantasie ab! Elina, Alarm! Einer will ausbrechen! Ja, ich bin dabei. Oh, diese Abbaulähmung, die ich da bekomme, erzeugt den übelsten Leck bei mir. Boah, ich bin ja auch. Ich hab nochmal das Gottschwert gekriegt. Heck... Oh, ho, 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 ho. Der Hacker-Bogen hat ihn aus dem Leben katapultiert. Wo ist denn der andere? Die brechen ja alle aus, Elina. Wir müssen ein bisschen mehr aufpassen. Oh, Plural-Ball. Plural-Apple. One-Hip. Das ist ja die mega geile Kiste, Leute. Was geht noch? Das ist die... Elina, zieh doch mal diesen Schuh aus. Das ist ja way too heftig. Ich hab die gar nicht an. Alter, was geht hier überhaupt ab grad? Nice, Alter. Das ganze OP-Zeug. Elina, die sind schon fast ausgebrochen. Was? Ja, Mann. Guck doch mal. Oh, warte, 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 warte. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh, Elina, du bist keine Hilfe grad. Oh, einen hab ich. Einen hab ich. Nein, 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 nein. Nein, er schweißt irgendwas. Er schweißt ne Pauschen. Okay, ich hab beide. Ich will noch gar nicht PvP aktivieren. Ich bin noch gar nicht richtig ausgerüstet. Ich geh nochmal zurück. Elina, ich brauch die Werkbank. Ich muss mich mal... Kannst du die kurz im Auge bleiben? Ich muss mich ganz kurz ausrüsten. Ich hab halt keine Werkbank, Mann. Ah, das ist ne Werkbank. Nice, 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 nice. Werkbank, Werkbank. So plural. Ich brauch jeden Fall eine. Verdammt, ich fall runter, die ganze Zeit. Da, ich seh einen Augenwinkel, Elina, der grad wegrennt. Ja, aber ich krieg... Nein, ich bin gestorben. Ich rüst mich jetzt. Okay, dann irgendwie so ein Pluralhelm. Vielleicht noch, nee. Verdammt, Ben, sie brechen aus. Ich krapf die grad. Was soll ich denn machen? Oh nein, die Blöcke brauch ich gleich noch. Die muss ich behalten. So, okay, ich hab jetzt ganz gute Rüstung, glaub ich. Nein, sie brechen aus, sie brechen aus, sie brechen aus. Ich hab keine Freude. Nein, ein Killen, ein Killen, ein Killen, ein Killen. Ich komm da nicht mehr rein. Basuka. Nein, äh, Bogen, Hackerbogen. Jawoll! Alter. Oh, er ist immer noch da, er ist immer noch da. Oh, was geht denn ab mit ihm? Er kriegt so, er kriegt Perplexity, glaub ich schon. Hahaha, wie geil das aussieht. Okay, ich muss ihn aber töten, er kann da noch leben. Wow! Oh, jetzt ist er tot, oder? Soll der sich immer wieder rettet? Ja, aber ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, mal oben den Jonas bitte noch. Warte, ich will Feile mir holen. Oder wir brechen jetzt aus. Einfach Konterangriff. Ah, ja, ja. Also ich bin, ich bin ausrüstungsmäßig... Ich hab halt nur Knockback, das ist ganz geil. Also ausrüstungsmäßig bin ich ready, Alina. Ja, ich auch. Also er ist halt oben, er ist raus. Aber es müssen beide aus. Wo ist denn der? Wo ist der? Ne, ich seh ihn gar nicht mehr. Was? Wo? Er bricht an einer anderen Stelle, glaub ich, aus. Ah doch, ich seh ihn, ich seh ihn. Er versucht wieder an der gleichen Stelle. Oh, sind beide jetzt runtergelaufen. Tja, großer Fehler, meine Guten. So, ich hab ihn. Wow! Ich seh ihn gar nicht, wo ist denn Jonas? Okay, also ich kann ausbrechen, Alina. Kommst du? Oh, dieser Hackerbogen ist mega krank gut. Oh nein, ich hab hier genauer die Watt geschlagen. Ups. Wo bist denn du, Alina? Ich warte auf dich, komm. Komm mal hinterher. Ah, da bist du, ich seh dich. Okay, lass. Let's go. Oh nein, da gibt's keinen Weg mehr. Oh, meine Pizza. Ich baue einen Weg, so gut ich kann. So. Okay, komm, 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 komm. Jawoll! Ab zur Kiste. Jo, wie schnell bist du? Oh nein, Alina! Nein, wieso? Oh nein, sie kommt da her. Oh ja, ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie. Oh nein, das hat mir übelst gegeben. Ja, warte, ich komm grad wieder hoch. Plural Cookie, Leute, musst mich retten vor dem Aufprall. Ich bin wieder da. Okay. Ui. Oh, ich hab mit zwei Herzen überlebt. Alter. Okay, dann loot mal die Kiste. PvP geht sofort los jetzt, ja. Phantasia Gems. Oh, Alina, nimm mal ein OP-Apple. Ja. Und nimm mal hier die Hälfte Phantasia. So, machen wir kurz ne Werkbank. Phantasia Helm. Oh, das passt sogar. Helm und Hose, genau das, was ich brauch. Okay, dann kommen die Plural-Low-Rüstung weg. Okay, Alina, es geht los, PvP, bist du ready? Okay, Leute, da stehen die Ball. Oh Gott, sie rennt auf mich zu. Idina, ich muss zu dir. Okay. Yes. Ich nehm mal den, ähm, ich nehm mal hier den Plural-OP-Apple. Okay, wow. Okay, der ist ziemlich heftig. Haha. Okay, okay, wo bleiben sie? Mein Fidgets bin erwartet auf. Sie sind da oben. Ich hab halt keine Muni mehr für meine Bazooka, leider. Ah, vielleicht ist der Mail-Werbo. Ich glaub, der explodiert, oder? Wenn ich's richtig in Erinnerung hab. Probieren wir mal aus. Nö, irgendwie nicht. Schade. Ja, ey. Als ob du da oben kämpfst, Idina. Ich bin nicht mal oben. Ich bin tot. Ich war doch nicht mal oben. Oh nein. Oh Mann, okay, warte. Alter, ich pirsch mich von hinten an. Ich glaub, dass ich nicht runterfalle. Mein Fidget Spinner muss uns zum Sieg bringen. Let's go. Ich kann fliegen. Oh, echt? Alter, du bist ja so schnell. Oh, das bist du. Ich hätt dich fast gekillt. Jo, er kann auch fliegen, ne? Oh. Ich helfe dir von hinten. Oh, ich hab ihm einen nicen Hit gegeben. Ich weiß gar nicht, wo sein Teammate ist. Aber ich kann dir nicht helfen, er fliegt halt. Achtung, Achtung. Oh. Der tankt auch krass. Das geht ab. Wo ist denn sein Teammate? Da unten, da unten. Ah, hier. Ja, der hat so ein krasses Plural. Äh, Illuminati-Schwert oder so. Ich weiß gar nicht. Als ob alle fliegen können, außer ich. Ich fühl mich glatt. Ja, warte mal. Ich kann doch die... Ach so. Warte, wenn ich die Pizza esse, kann ich da nicht auch... Ach nee, man konnte von der Cola fliegen, ne? Die hab ich gar nicht. Deswegen hab ich No Knockback. Das ist halt schon echt mega praktisch. Oh, ich seh ihn. Hier ist er. Oh, ich hab ihn gleich nochmal rausgeschlagen. Das ist so riesig, ey, dass er nicht fliegen kann. Okay. Ich mein, ich kann auch nicht fliegen, aber ich hab halt wenigstens No Knockback. Oh Gott. Er hat mich fast gekillt. von meinem OP Plural Apple, weil der Resistenz 5 gibt. Und gerade in dem Moment ist er auf mich zugerannt. Ich dachte, jo. Das bin ich, Elina. Das bin ich. Ups, Entschuldigung. Ich helf dir. Aua, aua, aua. Stirb Octopus. Oh. Oh, wer ist denn das? Bist du? Er ist tot, er ist tot. Oh, nice. Aber wie? Keine Ahnung. Oh, ich hab schon wieder Resistenz 5. Diese ganzen Items sind viel zu OP, Leute. Oh, ich hab ja die Strongballs, Elina. Das hab ich ganz vergessen. Warte mal. Strongball. Oh nein, er überlebt die. Vorhin sitzt sie noch dran gestorben. Stirb eher am Strongball. Oh. Vielleicht der Hackerbogen. Vielleicht bringt der ja was. Oh, der Hackerbogen ist so unfair. Oh Mann, ey. Okay. Ich weiß nicht. Oh, du bist... Es sind alle zweimal gestorben. Er ist gestorben. Nein, mein Fidget Spinner hat die nicht gekillt. Oh Mann. Ich kann auch meinen Fidget Spinner mal nehmen. Es ist echt nice, dass wir die Phantasia Rüstung bekommen haben. Die ist so OP. Oh. Kill ihn, Elina. Kill ihn. Wir müssen seine Rüstung kaputt kriegen. Hast du irgendwie einen Rüstungszerstörer oder so? Oh, Jonas hat seine Sachen in die Truhe gedroppt. Hat der vielleicht irgendwas zum... Der hat diesen... Nein. Hey. Oh, oh. Oh. Ich bin ganz gut mit der Phantasia Rüstung, solange die noch lebt. Charge Pluralsword. Okay. Der Holzfidget Spinner. Viruskarte. Warte. Ich habe keine Ahnung, was eine Viruskarte ist, Leute. Ähm. Okay. Ich glaube, davon brauchen wir tatsächlich eigentlich nichts. Dieser Bangscotthelm sieht interessant aus. Den ziehe ich mir mal an. Oh, da ist eine Rüstung kaputt gegangen. Deine Rüstung, Elina. Pass auf. Doch, deine Rüstung ist kaputt. Ups. Ups. Die Phantasia ist bei dir kaputt gegangen. Das ist schon länger. Achso. Nein, ich bin runter. Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn. Jawoll. Bevor du gestorben bist. GG. Ich hoffe, euch hat die Folge Lucky Blocks Prison gefahren. Flaggt mal ganz greiflich den Like-Button, wenn ihr mehr Episoden sehen möchtet. Vielen, vielen Dank an ihr, Jonas und Elina fürs Dabeisein. Vergesst nicht zu abonnieren. Einfach jetzt auf das Video in die Mitte klicken auf mein Avatar. Dann abonniert ihr mich kostenlos und verpasst auf jeden Fall keine Folge mehr. Oder klickt jetzt auf das vorgeschlagene Video. Dann kommt ihr nämlich zu einer nicen Runde Lucky Blocks King. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Haut ran, euer Benson. Ciao. Tschüss.